Und es geht direkt weiter hier mit Survivor Squad und Rolf Ziller. Da sehen wir schon einen Zomboniten drin. Gucken, ob wir den locken können. Ah, ich habe eine Tür gehört. Ja, das machen sie jetzt noch von alleine. Oh, das ist knapp. Ich möchte nicht, dass beide hier eine Schusswaffe haben. Ich möchte, dass der Oliver, die Nummer 1, nur mit dem Messer dahin geht. Ja, ich habe es. Ja, ich habe es. Ja, ich habe es. Ich habe es. Du ballert einfach viel zu schnell raus hier. Ich habe es. Ich habe es. Bereit. So, und weil ich das ja letztes Mal... Oh, hier ist ein Hidden Button. Ich gehe. Ich gehe. Okay. Habe ich den Hidden Button jetzt irgendwie gedrückt? Auf der Weg. Gehen. Also, ich möchte mich hier gerne absichern. Deshalb. Auf der Weg. Auf der Weg. Würde ich jetzt gerne die Videokamera setzen, aber wie mache ich das? Gehen. Na? Na? Ready? 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 Got it. Gehen. 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 Auf der Weg. Auf der Weg. Suchen wir erstmal den Raum weiter durch. Oh, Motion Sensor. Das muss ich eher hier dann greifen. So, aber das nervt jetzt. Ich möchte jetzt die scheiß Videokamera benutzen. Nein! Auf der Weg. Ich gehe. Auf der Weg. Ah, der Gabe knallt alles ab. Bereit. Ja, ich gehe. Auf der Weg. Ja, du hast es. Auf der Weg. Ja, auf der Weg. So, jetzt muss ich natürlich da in die Richtung schauen. Boah. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, wenn ich nachher so vier Leute oder was habe. Wie soll ich das alles koordinieren? Hilfe! Ready. Mhm, hm, 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 hm. Ready. Komisch. Ich muss mir mal durchlesen, was das mit der Videokamera so auf sich hat. Ready. Ready. Auf der Weg. Der Backpack ist voll. Yeah. Ähm, die Knarre kostet mich auch vier Stück. Ich lasse jetzt die Videokamera da. Ich bin voll. Ich habe es. Nein, sollte auch der andere die aufnehmen. Nein! Gehen. Ready. Ich gehe jetzt ab. Ich gehe jetzt. Er hat das Messer angewählt und er wird jetzt den. Zack. Hm. Gehen. Gehen. Ich habe es. Gehen. Gehen. Super. Ich habe es. Auf der Weg. Ich gehe jetzt ab. Ah, hier nochmal eben schnell durchsuchen und dann quatschen wir mal den Typen da an, wenn das geht. Ah, eine Bandage. Das ist gut. Ähm, ich schmeiß mal eben das Scrap weg. Bandage braucht nämlich zwei Platz. Zack. Und so wird er geheilt. Much better. Backpack full. Ja, schon wieder Food. Wood. Chopper. Äh, was schmeiße ich jetzt weg? Ich glaube, ich lasse das Scrap einfach liegen. Scrap habe ich sowieso dabei. Wood habe ich noch gar nicht. Oh, ne. Ja, on it. Ja. Oh, man. Danke. Kann ich eurer Gruppe beitreten? Klar, wenn du mit einer Wumme umgehen kannst. Sicher. Jeder kann da mit einer Waffe umgehen. Auch der Alex. Oder Alex. Gucken. Die nächste Bandage geht dann wohl an Oliver. So, Motion Sensor. Wie setze ich denn die Kamera? Portable Eyes. Before you need them. Hm. Ja, ich könnte jetzt so einen Bewegungssensor, äh, mir zurechtklöppeln. Das mache ich aber nicht. Hier ist auch nicht. Fresschen habe ich noch. Das ist ja so ziemlich das Wichtigste. Pick Secure Return Location. Ja, das ist ja nur die. Dem, äh, der hat auch nur einen kleinen Rucksack. Ja, dem geben wir natürlich die Waffe. Auf den müssen wir aufpassen, denn der hat kein Messer. Also mit dem Benzin und so habe ich noch nicht ganz geschnallt. Es vermehrt sich irgendwie. Hm? Ja? Sehr gut. Ready. Moving. Got it. I'm going. On it. Moving. Moving. On it. Moving. Great. Moving. Yes? On the way. On it. Ja. Ja, ich gehe. Red, auf den Weg. Ja. Auf den Weg. Und ich versuche mal hier drin ein bisschen draufzuräumen. Oh, was ist das? Find the power panel and shut it off. Oh, hier. Quatsch. Ja, ich bin da. Oh, oh, oh. Aber der Dreier guckt draußen. Das ist okay. Hallo. Wieso hat der jetzt nicht geschossen? Ach so. Oh Gott. Das ist nicht gut, was ich hier tue. Wie immer. Jetzt locken wir einige an. Aber ich bleib mal hier einfach in der Stellung, weil bis jetzt putzen wir die ja ganz gut weg. Ja. Es sind auch noch keine verletzt worden. Also ich lasse sie jetzt erstmal kommen. Das war jetzt nicht so toll. Aber der Winkel scheiße. Irgendwie. Boah, wie viel kommt denn da? So. So, jetzt reicht's mir. So. Es sollte doch einiges bringen schonmal. So, der an der Tür gefällt mir. Gut. So. So, jetzt geht's. Gut. Oh, cool. Ich bring den safe. Okay. Bandage. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Gehen. Gehen. Auf ihn. Ja, auf den Weg. Gehen. Die anderen sichern ihm den Rücken, sozusagen. Ja, die Tür würde ich gerne zumachen. Oh nein. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Du hast keine Fenster. Deshalb. Oh. Aber jetzt kriegen wir trotzdem Besuch von außen. Patsch. Patsch. Weg. Aber damit werden hier Nummer zwei und drei, der Gabe und der Alex werden locker damit alleine fertig. Ich hab dich. Ob ich? Ja. Oh, Alex hat... Wo kam der denn her? Also ich kann es anscheinend nicht mehr nehmen. Das heißt... Ja, ich bin weg. Schaut. Ja, ich hab's. Ja? Ja. Ja. Ja, 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 ja... Und jetzt wird Gabe nämlich... Hm... Der Knife-Man sein... Der sich alles zurecht sammeln kann hier. Es dürfte aber auch nicht mehr viel da sein. Überlegt euch mal, was wir hier schon für ein Blutbad angerichtet haben. Ready. Ready. Moving. So, das macht jetzt mal Gabe. Lautlos, hoffe ich. Yes, moving. On the way. Yes, on the way. Ja. Ja. Chopper. Ja. Found a paper. Moving. 5, 6, 5, 9. Alles klar. Building looted. Super, wir haben alles durchgelootet. Ready, I'm going. Ja, moving. Aber... den Save hier wohl noch nicht. Und ne Gordon gefunden. Moving. Toll. Äh... So, das macht jetzt nochmal die Nummer 1 hier. On it. On it. On it. Building clear. Zack. Alles leer gelootet, alles leer... ...geschossen hier. Wow. Boah. Also hat der Alex sich schon bewährt. Ich hoffe, wir kriegen jetzt irgendwie... ...messerchen vielleicht für ihn. Zusammen. Sodass wir... Oh, doch, Level 2 schon erreicht. Sodass wir da einfach ein bisschen flexibler sind. Knife. Knife. Ich mach das jetzt einfach. Ne, das brauchen wir alles nicht. Select location to clear. Was ist das denn? Ah, hier, not enough gas to reach an infected node, skip day. Okay, dann skippe ich einfach mal den day, skippe ich den day. Yes, jetzt habe ich wieder 9, so einfach ist das, naja, gut. Das muss ich nicht mitnehmen, das ist hier mein Inventar. Die haben alle, glaube ich, eine Gordon, ja, das ist auch Gordon. Jetzt gucke ich nochmal eben mit den Level-Ups. So, ich habe hier einmal Ground Control. Keeping the enemies away is vital to your survival. Grants bonus damage against nearby enemies. Also mehr Schaden. Im Nahkampf backup. Keeping your team alive is the most important thing. This survivor gains bonus damage against enemies currently attacking your team. Okay, ich würde sagen, Oliver ist 1, der kriegt Ground Control. Gabe würde ich dann backup geben. Und Samurai, okay, das ist jetzt mit Schwertern. Aber ich habe noch kein Schwert. Deswegen kriegt er die andere Fertigkeit. Ich muss mal gucken, dass sich das irgendwie so ein bisschen ergänzt. Und ausrüsten kann ich nicht viel. Wie gesagt, mein nächstes Ziel wären größere Rucksäcke. Und ein bisschen Rüstung. Ja. Und das war so der erste kleine Eindruck für euch von mir, von Survivor Squad. Und bevor ich hier Outmove, beende ich den Teil und es wird dann Teil 3. Wir sind auch 3. Passt also gut zusammen. Und ich weiß schon nicht mal, was ich quatschen soll. Das merkt ihr sicherlich. Ich verabschiede mich jetzt einfach und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ihr schaut demnächst wieder rein, wenn ich weiter Let's faile. Und zwar Survivor Squad. Macht's gut, bis dahin.